Willkommen zurück zu Kingdoms of Amalua Reckoning. Wir sind auf der Suche nach Tills Büchern und anscheinend sind wir hier total richtig bei der Schuljahkana, weil hier sind wohl Bücher noch, die ich holen muss. Wusste ich gar nicht, dass die hier direkt sind und genau das werden wir jetzt aber tun und dann lesen wir die natürlich auch nochmal durch, Band 1 bis 100. Und, oh, jetzt muss ich aufpassen, wegen dem Clown, ne? Kann sein. Ah, schon blöd. Wir müssen natürlich jetzt mal gehen, alle. Schön. Da hinten, die sehen mich aber auch. Okay, die sehen mich jetzt weniger. Ja, komm, hört alle auf, mich zu sehen. Oh, die sehen mich aber auch. Scheiße, die sehen mich ja alle. Die sehen mich jetzt gerade mal nicht, ne? Ach, Kacke. Können die mal aufhören, so aufzupassen? Guck mal, die da hinten, das wäre jetzt eine super Gelegenheit. Darf ich das denn einfach nehmen? Passiert sonst was? Nö. Das darf ich mir einfach nehmen. Ist gar nicht schlimm, dass die mich sehen. Ich darf mir das Buch klauen. Quasi, quasi ausleihen. Mhm, okay. Na, Gott sei Dank. Ich wusste jetzt nicht, ob das, äh, ein Verbrechen ist. Dann müssen wir ja nicht so aufpassen. Weil bei dem einen habe ich auch ein Buch, ja, da musste ich warten, bis Nacht ist. Damit er das nicht mitkriegt und so. So, hier ein Rad hier nochmal. Da müsste dann anscheinend noch eins sein. Ja. Gelber Kringel oben rechts, sieht man ja. Nächstes Buch. Mensch Till, wo sind denn alle deine Bücher hin? Seid willkommen, Erzweise. Stimmt, wir sind ja auch eine Erzweisigen jetzt. Die Wache sieht alles, was ein Rad hier vorsieht. Ja, ja, ja. Ich sehe auch alles. Bekämpfe auch alles. Ohne mich werde ich ja alle aufgeschmissen. Lasst euch Lührgriffs Wunderwerke nicht entgehen. Soll ich jetzt zufällig ganz raus, kann das sein? Ich soll nämlich ins Mondlager, da soll ich hin. Kann ich ja lange ein Rad hier rumlaufen, wenn ich ganz woanders hin soll. Ja, die Tricks des Spiels, die kenne ich schon langsam. So, hier ist nämlich auch noch was. Und auch noch jemand, der Hilfe braucht. Na, sieh mal einer an. Okay. Kann aber auch einfach nur eine Pinnwand sein. Muss ich gleich mal überprüfen. So. Wo denn... Was glotzt dir denn so? Hier? Ah, hier. Äh, warte mal. Wenn ich das jetzt aufmache, sagt er dann was? Ich glaube, erst mal noch nicht. Erst mal müssen wir es aufkriegen. Hör auf. Hör auf. Geh auf. Hallo. Das ist so nervig. Ja, und dann geht es schon wieder kap... Ey. Wie denn jetzt? Ich meine, wie viel die Tricks hier denn noch? So, und jetzt müssen wir aufpassen. Oh, Stiefel des Wanderers und Tils Sammlung. Wollen wir beides haben? Aber nur, wenn die Leute uns nicht sehen. Die da hinten sieht uns aber voll. Ich glaube, hier waren wir schon mal. Wir waren hier schon mal und wurden entdeckt. Und dann habe ich gesagt, ich mache das ein anderes Mal. Bei Nacht, ne? Ich glaube, wir müssen echt warten, dass hier Nacht ist. Sonst wird das nichts. Die da in der Ecke kriegen gar nichts mit. Aber die eine da, die da steht, die kriegt voll was mit. Ist euch das Glück holt? Komm, red mal. Man nennt mich die grinsende Min, weil ich so selten verliere. Möchtet ihr euer Glück gegen mich versuchen? Ja, ja. Klar, welche Spiele gibt es? Die Standardkost jedes Würfelspielers. Höchster Wurf und Bereichswurf. Beides wird mit zwei Würfeln gespielt. Beim höchsten Wurf gewinnt der, nun ja, höchste Wurf eben. Und beim Bereichswurf tippt ihr darauf, zwischen welchen Zahlen euer Wurf liegen wird. Ich habe ja in beiden Spielen schon öfters mal verloren. Ich habe ja auch schon mal so offline gegen die Leute gespielt. Spielen wir höchster Wurf. Nun denn, mögen die besten Würfel gewinnen. Wehe, die sind gezinkt. Ich hoffe, das Glück bleibt euch heut. Eine Zwei gegenüber einer Elf. Genau solche Gesichter will Min sehen. Ich nehme mir dann mal mein Gold, wenn es recht ist. Neue Zeit, neues Spiel. So, wer kriegt was mit? Die da hinten, die da auf jeden Fall nicht. Die sind weggegangen. Haha, ich habe glaube ich Glück. Guck mal, jetzt guckt sie nämlich gar nicht mehr so zu uns hin. Und das da ebbt auch langsam gerade ab. Sehr schön. Sehr schön. So, jetzt ist das da vorne auch gleich. So, jetzt dürfte uns fast eigentlich keiner mehr sehen. Neun Prozent. Null Prozent. So. Ha. Wie geil. Juhu. Und dann, wenn wir schon mal hier sind, will ich mal wissen, doch, hier ist jemand tatsächlich, der Hilfe will. Habt ihr vielleicht Kleidung zu verkaufen? Jemand von auswärts? Bitte sagt mir, habt ihr zufällig irgendwelche Bauernkleidung, die ihr gerne loswerden möchtet? Ich kann euch dafür bezahlen. Boah, ich habe super viel Bauernkleidung über das ganze Spiel immer gefunden. Wofür braucht ihr Bauernkleidung? Tatsächlich geht es mir eher um Stoff als um Kleidung. Ich bin Schneider von Beruf und durch meine Hände entstanden die Kostüme und Vorhänge unseres reizenden Lagers. Allerdings benötigen die Schausteller unseres Lagers beständig neue Kleidungsstücke. Also brauche ich große Mengen an Stoff. Und das schnell. Bringt mir einige Kleidungsstücke von Bauern. Dann kann ich den Stoff relativ einfach umarbeiten. Was sagt ihr? Klingt nach einem Aufgabenquest, der nie endet. Aber okay, ich werde sehen, was ich tun kann. Ist das euer Ernst? Es ist schon eine ganze Weile her, dass ich gute Stoffe für meine Arbeit hatte. Ich bin gespannt auf eure Funde. Ja. Wo finde ich das Zeug? Wenn ich es wüsste, bräuchte ich wohl kaum euch, damit ihr für mich danach sucht, oder? Ich denke aber, ihr werdet schon etwas auftreiben, wenn ihr euch nur angenehme Reise. Ich gehe nochmal hier an deine Kiste. Ist ja nicht schlimm, ne? Und dein Stoffkramm. Schülersausrüstung. Hm, okay. Ja, dass ich das Set-Teil jetzt mitgenommen habe, ist natürlich sehr gut. Das andere machen wir dann noch. Erstmal kümmern wir uns weiter um Tills Bücher. Acht von zehn. Wo sind denn die nächsten? Da unten. Sind die alle in Adessa, oder sind hier oben überhaupt noch welche? Ich sehe irgendwie nur da den. Gehen wir mal nach Adessa. Mal gucken. Mein Gott, das ist auch schon lange her, dass wir hier in Adessa waren. Aber so kommt man nochmal richtig rum. So langsam geht das Spiel ja auch zu Ende, Leute. Es dauert ja nicht mehr ewig lange. Dann hören wir auf. Und das ist nochmal so ein bisschen, ja, nochmal schwelgen im Spiel. Nochmal so eine Rundreise machen. Finde ich auch persönlich viel schöner, als wenn man so ein langes Rollenspiel mit so vielen Parts so einfach endet. So einer auf, ey, Hauptquest ist vorbei, Spiel zu Ende, tschüss. So ist es nochmal, dass man wirklich von allem was gesehen hat. Und das sag ich ja auch öfters dann, diese Mühe des Spiels, die dahinter steckt. Man alles nochmal erkundet hat. Mit Leuten gesprochen hat, die man vorher gar nicht kannte. Und noch jemand, der was will. Aber kennen wir den nicht schon? Ah, es ist schön, euch wiederzusehen. Schulare Nerenn wäre überglücklich, wenn ihr ihr bei ihrem Experiment helfen würdet. Jaja, da weiß ich auch, da war noch was. Stimmt. Ich glaube, das ist aber auch ein Aufgabenquest. Muss ich dann alles nochmal gucken, welche ich mit euch zusammen mache und welche ich tatsächlich offline erledigen muss. Weil diese Aufgabenquests können endlos sein und manche enden halt auch wirklich. Aber sie sind ja auch unter Aufgabenquests dann immer aufgezeichnet. Von daher meistens halt eher endlos. So, geht's hier runter da? Hier ist ein Buch. Da, in der Ecke. Till! Neun von zehn, unglaublich. Und noch jemand, der was möchte. Untersuche Kapitel 1, erste Pläne. Dem Titel zufolge ist dies ein Kapitel aus dem Memoiren von Gale nun Hegem, den gnomischen Steinmetz, der Adessa entworfen und einen Großteil der Bauernmaßnahmen überwacht hat. Am unteren Rand der Seite befindet sich eine interessante Notiz, die andeutet, dass irgendwo in der Stadt ein Schatz versteckt ist. Ich nehme das Buch mal mit. Adessa, Band 1. Okay. Schnitzeljagd. So, Till! Till, ich glaub's nicht. Till, alle deine Bücher sind fertig. Wir haben alle deine Bücher. Ja, mein Gott. Unglaublich. So, wir gehen wieder raus. Ja, auf der ganzen Weltkarte waren die jetzt verstreut. Die Bücher von ihm. Das ist ewig her, dass wir diesen Quest angenommen haben. Also relativ am Anfang. So, und jetzt wollen wir mal, ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht mehr, wo der Till herkommt. Wo kommt der denn nochmal her? Guck, hier, ganz am Anfang war das. Unglaublich. So, dann gehen wir mal nach Gorhard. Gorhard. Hallo, Gorhard. Gorhard. Super mega am Anfang war das. Eines der ersten Städte, oder war's nicht sogar? Das war die erste Stadt, ne? Hier, Gorhard. Wo das damals noch anfing mit der Predigerin und so. So, wir rennen mal los. Bin ja mal gespannt jetzt. Oh, ich glaub, komm ich da oben überhaupt rum, wenn ich jetzt hier weiterlaufe? Ne, ne? Doch, 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 ich komm rum. Alles klar. Ich geh mal rum. Ich geh mal ne Runde. Ich glaub, die Boggards hier, die lassen mich auch in Ruhe, ne? Ne, echt ne? Euer Ernst? Ich mein, ihr habt da null Chance, Leute, ne? Denkt dran. So, hier ist auch noch so ein Kram und so. Und so ein Kram. Wie viele Giftscherbe. Das müssen wir alles aufwerten immer. Hier, die Wölfe, die sind meistens aggro. Mit einem, äh, Pfeil. Oh, guck mal hier, noch ein Singstein. Die Zeit gut zu nutzen, die mir noch bleibt. Doch wie soll ich es meiner Familie sagen? Ich würde das Lächeln aus ihren Gesichtern auskuschen oder die Freude in ihren Herzen töten. Wozu? Um kein schlechtes Gewissen zu haben? Sie zu täuschen? Ist das nicht selbstsüchtig? Ist es selbstsüchtig, es ihnen nicht zu sagen, um sie nicht traurig zu sehen? Doch mich dem Ende allein zu stellen, wahrlich, ganz alleine. Nee, das kann ich nicht. Ich weise mal darauf hin, dass an dieser Truhe sehr leicht stand. Und das ist hier in, ne, in der Nähe von Rohrhardt. Also total easy-miesi eigentlich. Und ich verbrauche hier einen Dietrich nach dem anderen. Also manchmal traue ich dem Braten nicht. Und wir sind hier anscheinend total falsch. Ich muss hier irgendwie, weiß ich nicht, eine andere Runde laufen. Also hier stehe ich jetzt gerade an der Ecke, wo ich nicht hinkomme. Ich kann da auch keinen Wegpunkt setzen. Wie komme ich denn da mal hin? Ich gehe mal nach Agnur-Fell oder wie das heißt. Lauf mal hier eine Runde. Natürlich, bevor ich sie ihm gebe, will ich die Bücher gelesen haben. Ist ja wohl klar. Ja, ihr seid klasse, Leute. Gebt alles. So, dann gehe ich diesmal mal unten lang. Wo soll ich denn lang? Wo ist der denn, der Heini? Hier, da ist der Heini. Ich muss nämlich irgendwo rein, glaube ich. Kann man sich ja auch nicht merken, vor 100 Parts oder wann das war. Da oben ist er. Da oben. Oder? Ne, da unten. Oh, was denn jetzt? Aber auf jeden Fall hier in der Nähe. Hier in der Ecke. Hier in der Ecke. Da, da wohnt er. Reliquia. Reliquia. So, hier ist das hier. Nein, das ist Vater Dingsbums. Durchstöbern. Bruder Tills Sammlung. Wie ist denn das jetzt? Kann ich die nicht einfach mal selber jetzt lesen? Wo wir das alles schön brav gesammelt haben. Tills Sammlung. Drei. Neun. Sechs. Sieben. Wo ist denn eins? Achso, ich kann die jetzt alle... Oder wie ist das jetzt? Kann ich die jetzt nicht? Band eins bis... Doch. Warte jetzt. Oh, da fing es an. Da fing es an. Pass auf. Nochmal runter hier. Voll ätzend grad. Tills Sammlung 1. Morgengrauen im Harem von Basawin. Es kann jetzt ewig dauern mit dem Lesen. Das Ende war gekommen. Sie konnte sich nicht länger dem Genuss der Lust hingeben. Der Krieg war gekommen und hatte die Männer und Frauen aus der Stadt geraubt. So plötzlich war ihr Leben leer, dass es kein Leben gab. Keine Freude. Ihre Liebhaber waren fort oder begraben. Keine Fremden boten Abwechslung. Kein Stöhnen begleitete ihre einsamen Morgen. Und so, wie so viele vor ihr, floh sie aus der Stadt und reiste in den sagenumprobenden Harem von Fogun Hyral, wo jede Sekunde das pure Vergnügen war. Die Perle meiner Großmutter. Es war nur ein Traum, aber dennoch ein sehr befriedigender. In ihren Träumen tratschte niemand und keiner wies ihre Avancen zurück. Sie konnte mit jedem zusammen sein, den sie wollte, ob Mann oder Frau, Alpha oder Gnom. Ihre Wünsche waren stets von einem Hauch von Unschuld begleitet. Aber bei ihrer Erfüllung wurde jedwederer Schale Geschmack fortgespült. Doch der Gestalt, beglückt, kam sie mit ihrer Einsamkeit zurecht und überstand die Tage, bis die Nacht erneut Wonne brachte. Langsam jedoch wuchs ihre Verdorbenheit und ihre bisherigen Fantasien konnten ihre neuen Lüste nicht mehr befriedigen. Die Gedanken von früher schienen jetzt banal. Eine leidenschaftliche Umarmung war ihr zu wenig und ihre neuen Träume von Genuss und Schmerz waren unaussprechlich. Hatte sie vor Schuld empfunden, so schämte sie sich nun zutiefst. Die Unheilheit ihrer Gedanken übernahm zu jeder Stunde das Heft, oftmals an den unangemessensten Orten und zu den skandalösten Zeiten. Niemand war vor ihren äußeren, außer Kontrolle geratenen Gedanken sicher und sie hatte Angst, von ihnen für den Rest ihres Lebens zu einem sündigen Schweigen im Hedonismus gezwungen zu werden. Schwelgen. Es war für sie ein großer Schock und ein gewaltiger Schrecken, als sie herausfand, dass sie sich nicht nur nächstens im Schlaf ihrer Leidenschaften hingeben, sondern dabei auch noch laut gesprochen hatte, während ihr Diener lauschend an der Schlafzimmertür stand. Oh Gott, oh Gott. Tills Buch, wo ist denn Nummer 3? 3, 3, 3. Osas Kunst der Liebe Teil 1. Zunächst müsst ihr ihn halten, fest und sanft, gleichzeitig. Wenn ihr zärtlich seid, wird es euch auf nämliche Art vergolten. Zögert nicht, sondern lasst euch durch eure Leidenschaft für ihn leiten. Er wird dann rasch auf euch reagieren, woraufhin ihr erkennt, dass er nur mit euch zusammen sein will. Er ist ein hübscher Kerl und falls ihr es wünscht, könnte ich auch an seinem Körper alles vorführen, genau wie an dem euren. Was schreibt denn dieser Till? Sie zögerte kurz, plötzlich ihr Sehnsucht nahm von ihr Besitz und bevor sie es sich anders überlegen konnte, stimmte sie zu. Nun gut, so lasst uns gehen. Und solltet ihr teilnehmen wollen, denkt daran, dass dies zuvorderst eurer Schulung gilt. Alter! Till! What? Okay. Tills Sammlung 4. Ritter der Vergnügungen. Okay. Es herrschte eine ursprüngliche ungezügelte Ausgelassenheit. Die Straßen waren voller Schweiß und die Gassen voller Gelächter. Aus jedem Eck des festlichen Begängnisses erklangen Seufzer. Und da sah Darwin ihn zum ersten Mal. Breit und dunkelräutig, mit strahlendem Lächeln und verschmitzten, funkelnden Blick verzauberte er die Umstehenden mit einer Gans, die nicht so recht zu seiner muskulösen Statur passen wollte. Sein geschmeidiger Gang, die dröhnende, kräftige Stimme und die natürliche Wärme der Jugend strahlten eine reine, unverfälschte Sinnlichkeit aus. Darwins Blick ruhte wie gefesselt auf diesen gottgleichen Mann. Und als würde sein Körper sich von selbst bewegen, näherte er sich dem schmucken Fremden. Dieser sah Darwin mit seinen lebhaften Augen an und plötzlich umarmten sich die beiden. Anfangs ähnelt es eher ein Kampf. Eine unbändige Stärke hatte von ihnen Besitz ergriffen. Darwin und er rang miteinander und kurzzeitig wurde es still. Aber schon bald übernahm auf der Straße wieder die Geräusche wilder Ausschweifung des Das Zepter. Ich denke gerade so an die Zeiten, wo sowas natürlich auch noch so völlig ungezügelt und unpassend war. Und wahrscheinlich ist das so eine ganz besondere sexuelle Tiltz-Pornosammlung halt, wie Gronk sie auch genannt hat. Und so ist es auch. Aber in so einer Welt ist es natürlich auch völlig was Besonderes darüber zu schreiben. Fünftes Kapitel oder Band. Jugendliche Lieblinge des Lusters. Kapitel 5. Das Mädchen gehorchte treu den Anweisungen ihrer Herren und ihr Alphameister war so entzückt, dass er sich eilig aufmachte, seinem Freund von einer guten Kunde zu berichten. Dieser bat darum, ebenfalls an dem Vergnügen teilhaben zu dürfen, war er doch an den Verhandlungen beteiligt. Nachdem dies vereinbart und die Stunde gekommen war, ging der Alphameister zu Bett. Mit der Magd, wie er glaubte. Die Herren hatte jedoch ihren Platz eingenommen und empfing ihn nicht als sein Weib, sondern als verschämte und ängstliche Almeinische Magd. So gut spielte sie ihre Rolle, dass er keinen Verdacht schöpfte. Ich kann nicht sagen, wer von den beiden größere Genugtuung empfand. Er in dem Glauben, seine Frau zu betrügen oder sie in dem Glauben, ihrem Gemahl zu betrügen. Tja. Band 6 bitte. Oh, das ist das Abenteuer. Äh, da, Tills Sammlung. Die Schenkeltagebücher. Wo er sie unter dem sternbedeckten Himmel halten konnte, dort unter den Blättern eines flüsternden Baumes, die weiche Erde unter sich, konnte er der ihre sein und sie die seine. Und eine Nacht, der leidenschaftlichen Umarmung lag, lang waren sie eins. Sie würde sich ewig daran erinnern, wie seine Arme sie hielten, sanft, aber doch mit der Stärke seines Begehrens, wie seine festen, schwierigen Finger so lustvoll ihre Hüfte umschlossen, so ein Schweiß, in dem ihre Tropfte und die Tropften sich im rhythmischen Stoß ihrer Körper vermischten, wie sein Atem auf ihre Schulter fiel, die Hitze der Hingabe tragend seine Hingabe für sie. Ihr Kleid war längst zerrissen und in das Gras geworfen. Bei ihrer ersten Umarmung dachte sie nur einen Augenblick lang an ihr Hab und Gut, doch die Gedanken verflogen und gespannte Erwartungen ergriffen ihren Magen wie ein weiterer seiner Finger. Stundenlang wurde die Stille des taub benetzten Feldes nur durch den Atem und das Seufzen der Liebe gestört. Sie lagen einander bei und er umschmiegte die Rundungen ihres Leibes und sie spürte jeden Augenblick seiner Berührung wie ein ganzes Leben der Ekstase. Oh mein Gott. Der lüsterne Elb. Bald ertönte eine Glocke und durch den Vorhang trat ein Ensemble der bezauberndsten jungen Varani-Meiden, die Amalu hervorbringen konnte. Ihre Wirkung auf mich war magisch, so viel Schönheit an einem Ort hätte ich mir nie erträumen lassen. So wunderbar anmutig erschien sie, wie sie fröhlich in die Kammer tänzelten, mit lasiven Blicken, so reif ihre Form, so rein und weiß wie Himmelsblüten, ihre Hälse und Gesichter in Schatten getaucht von Schleiern aus braunem und blonden Haar, das im Licht wehte wie Ketten aus gewebten Glutaugen, sich in vielen Locken über ihre wunderschön geschwungenen Schultern ergoss, während ihre Augen halb versteckt im Nest der blumigen Glieder mit heißer, offener Unsittlichkeit glühten und sie aussehen ließen wie Helois, eben vom Sonnenthron gestiegen, nicht wie etwas unserer schwachen menschlichen Schöpfung. Wir haben es bald geschafft. Band 8 Die Quintessenz der Frivolität Oh Lucinde, wie du dich zuvor zitiertest, wie du all meine Bemühungen widerstandest, wie du vorgabst, wo ich doch genau wusste, was für ein abenteuerlustiges kleines Ding du warst, in solche Neckereien nicht einwilligen zu können, mit den Lords des Hofs in der Nähe, die unsere Spielzeuge gewiss bemerken und uns aus den Luna-Gärten werfen würden. Dann schlug ich vor, dass wir das Bad vorbereiten sollten, damit wir uns reinigen können, schmutzig wie wir waren. Zuerst meine Tonika und Hose, dann die deinen. Du lächeltest nur, liebe Lucinde, dann auf mein Wort hin, werfen wir sie gemeinsam vom Balkon. Du lachtest, dein süßes Schamgefühl überschattete deinen Hunger nach einem solchen heiteren Stell dich ein, doch ich wischte deinen Protest beiseite und zog mich bis auf das Untergewand aus. Ich überquerte den Balkon, um dein Gewand aufzubinden, bis du nichts mehr am Leibe trugst, als das süße Gewand, das Lyria dir gab, meine liebliche Lucinde. Dann gemeinsam ließen wir unsere Gewänder fliegen. Wuhu! Yay! Und jetzt Band 9. Weiter geht's mit dem Porno. Sus Naros Blüten. Galt. Warum seid ihr gekommen? Ich habe meine Absichten deutlich gemacht. Für eine andere weht das Banner meiner Zuneigung. Ihr seid zu spät. Sus Naros. Ich werde nie zu spät sein. Ihr seid die hitze Sonne, welche das Blatt verdorren lässt. Ich zittere allein. Galt. Was sollen wir also tun? Sus Naros. Welche Wahl bleibt uns, als unserer Leidenschaft Leben zu schenken? Galt. Packt sie bei den Schultern und ich dringt ihren Lippen mit der scharfen Klinge seiner flackernden Zunge. Ihr wisst nicht, wozu ich fähig bin. Dieses Erwachen. Diese magische Feuer. Es hat mich aufgerissen, wie der Vulkan ausbricht. Ich stehe in Flammen. Sus Naros fällt vor ihm auf Knie. Dann brennt. Sus Naros hatte keine Wahl, als unter seinem starken Körper sich zu winden, wie er sie eng an seiner Brust presste und seine Wärme zwischen ihnen fließen ließ. Oh mein Gott. So, letzter Band. Dann haben wir es geschafft. Della und ihre Begierde. Als ich an jenem Morgen zu Bruder Edwals Kammer ging, um ihn zum Gebet zu wecken, war ich bas erstaunt, ob des Amliks, der sich mir bot, als ich die Tür öffnete. Dort lag Ed auf seiner Schlafstätte in den Armen der Dockerl-Vertänzerin Della, einem Mädchen von dunklem Ton. Als ich die Kammer betrat, lag mein Bruder neben Della, hielt sie fest in seinen Arm und stöhnte. Die Bewegungen ihrer Körper ließen mich zu dem Schluss kommen, dass sie einer äußerst zufrieden entstellenden Tätigkeit nachging. Und so konzentriert, so entrückt waren sie in ihrer Zügellosigkeit, dass sie meine Anwesenheit gar nicht bemerkten. Ich räusperte mich, doch die Kränge ihres Vergnügens übertönten meinen schüchternen Versuch, sie auf mich aufmerksam zu machen. Wer war dieser dunkelnebensfrohe Bursche und was hatte er mit meinem Bruder getan? Das war's. Till, der kleine Schelm, schreibt von nichts anderem als Liebe, Sex und Gelüsten. Und ja, bitteschön. Du hast alle Bände und von Bruder Tills Anwesendung unzüchtiger Bücher gefunden und zurückgebracht. Der ordinäre alte Mönch wäre stolz auf dich. Den Till, den gibt es also quasi gar nicht, ne? Und jetzt können wir natürlich auch die ganzen Bücher abgeben. Was natürlich wieder einiges an Inventar gut auch. Guck mal, jetzt kann der Typ da die alle lesen. Findet der bestimmt voll geil. Geil! Die ganze Pornosammlung ist jetzt wieder voll. Können sie sich alle freuen. So, hier kann ich nichts mehr machen. Kann man da jetzt eigentlich... Mitaru Teil 1. Aha. Ja, gut. Was haben wir hier noch? Eine Geschichte Jollwarns. Was man nicht alles lesen kann noch, wenn man will. Wir haben auch noch ganz viel zu lesen, aber wie gesagt völlig unsortiert und ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Ich weiß nicht, in welchem Zusammenhang die Sachen stehen. Deswegen nervt mich das. Ich gucke jetzt nur mal in die Kiste. Man weiß ja nie, ob man hier, ne? Was findet. So. Guck mal auf jetzt hier. Wappnende. Bla, bla, bla. Hier, da könnten wir so ein Kram einsammeln. Für den Typen da hinten, der auf uns wartet. Der andere Quest, den wir jetzt angenommen haben, der wollte doch Stoffe haben. Das war's mit Tills Büchersammlung. Sehr, äh... Lüsthand. Spannend. Spannend. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass da sowas bei rauskommt. Hoffe, es war euch nicht zu viel gelesen. Muss ja aber auch mal sein. Fand ich sehr, sehr lustig. Bis sich uns im nächsten Part von Kingdoms of Amalur wieder etwas gesitteter wahrscheinlich. Bis dann. All rights���, carja. Happy�라고. So. S sjö你们 by then. Lä jogar. So. I guess they were being there. I guess they were dumb. So. To. Like울 person. Sure. Here a hundred. I guess of amßareth. Untertitelung. BR 2018